Norddeutscher Rundfunk 2021 Eigentlich hättest du heute ja frei. Könntest du ausschlaufen, müsstest du überhaupt nichts machen. Aber du stehst trotzdem frei auf. Du stehst auf, weil so eine Idee nicht geht. Über 600 Sportvereine gibt es in Baselbiet. Ohne freiwilliges Engagement würden die wenigsten funktionieren. Du bist einer von 10'000 Freiwilligen, die in Baselbiet regelmässig helfen können. In Vereinen, an Anlässe, überall wo sie gebraucht werden. Musik Nicht du stehst im Rampenlicht, das überlassen anderen. Aber du machst es möglich. Dafür sagen wir dir Dankeschön. Dafür, dass du das Baselbiet zu einem besseren Ort machst. Musik Unentgeltlich, aber unbezahlbar. Dafür sagen wir dir Dankeschön. Musik 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 Musik